Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Shorts Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns anschauen, welche Items ihr euch als Wiederherstellungstruide als erstes für die verwirrenden Dinare des Kartells kaufen solltet. Die Händler stehen, sobald ihr die Quest abgeschlossen habt, in Oribos neben der großen Schatzkammer. Als erstes geht es an die Waffe, hier ist Antumbra, Schatten des Kosmos, eure erste Wahl. Bei den Trinkets wählt ihr die Schattenkugel der Qual für den Raid aus. Für Mythisch Plus ist der resonierende Kessel eure erste Wahl. Bei den Trinkets wollt ihr das Gesangbuch des Kabbalisten ebenfalls noch haben, sofern ihr den siebenten Stachel des Amalgams nicht habt. Das Ding droppt im Blackrock Hold, also in der aktuellen Legion Mythisch Plus Woche. Damit danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen.